Es ist Halloween Saison und das bedeutet, die Geschäfte verteilen ganz besonders viele Süßigkeiten. Und eine dieser Süßigkeiten ist das hier. Die Verpackung ist schön braun, wie das T-Shirt, was ich heute trage. Und da drin waren diese Lollipops in vier verschiedenen Farben. Türkis, Grün, Rot und zum Schluss Orange. Jetzt mache ich sie erstmal auf und die wichtigste Frage. Ist der Stiel aus Plastik oder sogar essbar? Entweder ich bin zu dumm oder es ist zu gut eingeschweißt. Da muss die Schere dran. So, und jetzt finden wir es heraus. Ist der Stiel essbar? Nee, der ist aus Plastik. Aber der Lutscher ist immer noch essbar. Was soll ich sagen? Gewöhnlicher Lutscher, aber ein sehr schöner Lollipop-Stick. Dafür hat sich das Kaufen schon gelohnt.